Ich glaube, bei solchen Videos weiß man generell nicht, wie man starten soll, aber ich bin wieder zurück. Ich war zwei Jahre spurlos verschwunden auf Social Media, mal mehr, mal weniger, mal kam da irgendwas von mir. Und heute möchte ich euch meine Geschichte erzählen, warum ich weg war, weshalb ich fast draufgegangen wäre. Ich habe auch ein sehr, sehr großes Announcement, was ich dann im Video auch noch machen werde. Aber ich habe so nicht mehr weiterleben können. Für diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich früher mal die ein oder anderen Probleme hatte, wie jeder normale auch. Und dann sind so ganz weirde körperliche Symptome dazugekommen, die unerklärlich sind und die irgendwie nicht in einem Zusammenhang stehen, aber doch irgendwie schon. Und wo eigentlich sehr viele Menschen da draußen drunter leiden, es aber gar nicht wissen. Es hat alles angefangen mit dem Umzug hier in diese neue Wohnung und hier in diesem Studio, wo ich jetzt auch drinnen aufnehme. Ich hoffe, die Videoqualität ist mal wie immer ein Augenschmaus. Und heute geht es mir tatsächlich sehr, sehr gut, dass ich mich auch das erste Mal bereit fühle, überhaupt darüber zu sprechen. Weil ich werde jetzt aus dem tiefsten Herzen sprechen und ich werde alles offenlegen, was in den letzten zwei Jahren und mich schon seit über 20 Jahren begleitet. Und mit dieser Wohnung sollte eigentlich eine neue Ära eingeleitet werden mit cooleren Content, mit mehr Livestreams und generell ein erfüllteres Leben. Aber das ging alles komplett nach hinten los. Ich habe angefangen, öfter mal zu Ärzten zu gehen. Zu dem Zeitpunkt war ich schon in ADS-Therapie, weil ich da auch schon sämtliche Symptome, die ADS halt nun mal sind. Und das sind ja unfassbar viele Versionen, die es von ADS gibt, aufweise und habe dann auch die Enddiagnose bekommen. ADS mit depressiven Zügen, was eigentlich relativ normal ist. Eigentlich hat fast jeder ADS-Typ so eine leichte depressive Symptomatik in sich. Aber ich war immer glücklich, ich war immer froh, ich war immer energiegeladen, ich war immer der Positive im Raum. Und so haben mich auch immer alle wahrgenommen. Und irgendwie ging das, ist einfach verschwunden. Es ging einfach weg. Ich bin auch in Therapie wegen meiner Migräne und gleichzeitig Depression. Ich habe dann Antidepressiva genommen, die hauptsächlich für Migräne sind. Da habe ich einen sehr guten Neurologen in Coesfeld gefunden, der mir da wirklich sehr, sehr gut weitergeholfen hat und mir auch erklärt hat, was das eigentlich ist und warum diese Art von Migräne, die ich habe, so beschissen ist. Aber ja, machen wir es. Ich zähle euch jetzt mal alle Symptome auf, die ich in den letzten Jahren so angehäuft habe und die ich mehr oder weniger in den Griff bekommen habe. Da habe ich mir eine kleine Liste auf meinem Smartphone gemacht. Der erste Punkt ist erhöhte Schmerzwahrnehmung. Schon öfter bemerkt, dass an nicht so guten Tagen, wo ich auch mal nicht so gut geschlafen habe, wenn ich dann mal von der Autotür oder so eine Gewisch bekomme, das ist wie als wenn dich jemand bis ins Knochenmark erschüttert. Das hat mein komplettes Nervensystem, meine Knochen, das hat so geschmerzt. Das war nicht normal. Und ich bin dann auch direkt in so einen ganz komischen Modus reingekommen, wo ich Angst bekommen habe. Das ist nicht nur bei einer Sache wie eine Gewisch bekommen von der Autotür. Das sind auch so ganz banale Sachen, sich den Ellenbogen irgendwo zu stoßen. Also diese typischen Sachen, die jeder von uns erkennt, so zähstoßen und so. Aber das war unglaublich schmerzhaft. Und ich habe nicht verstanden, wieso. Dazu kamen Verdauungsprobleme. Ist eigentlich bekannt, dass jeder zweite Deutsche unter Verdauungsproblemen leidet. Aber bei mir war es teilweise so, ich mache Kraftsport. Ich tue auch ab und zu Mealpreppen und ich esse mal eine Woche exakt dasselbe. Und dann gibt es mal einen Tag, wo einfach meine Verdauung gar nicht funktioniert hat. Ich habe Sachen gegessen, ich habe Sodbrennen gekriegt, so sehr, dass mir das aufgestoßen ist. Selbst bei so einer ganz, ganz kleinen, geringen Menge. Ich teile dann meine Essen immer so in drei, vier Abschnitten ein. Und selbst bei der ersten Mahlzeit habe ich so ein starkes Sodbrennen entwickelt. Und Schmerzen, dass ich den ganzen Tag nichts mehr essen konnte. Null. Und auch mein Körper hat das gar nicht verarbeitet, was ich gegessen habe. Was natürlich auch sehr suboptimal ist als Kraftsportler und generell für sämtliche Vitaminen und Health Benefits. In der Fachsprache nennt man sowas in die Richtung Leaky Gut. Da wir bei Kraftsport sind, können wir da auch direkt weitermachen. Es gibt Tage, da schaffe ich nicht mal mehr die Hälfte von dem Gewicht, was ich normalerweise drücke, zu drücken. Die Muskelerschöpfung, die letzte Wiederholung, wo ich immer am Zittern bin und natürlich bis ans Muskelversagen gehe, ist hundertmal schmerzhafter wie an allen anderen Tagen. Und ich schaffe das teilweise nicht mal mehr, die Hälfte der Gewichtszahl zu stemmen. Was eigentlich für mich sonst ein Aufwärmsatz ist. Und das ist eigentlich voll normal, dass mal nicht jeder einen guten Tag hat im Fitnessstudio. Aber an solchen Tagen danach konnte ich nichts mehr machen. Ich war auf einmal so kaputt. Es hat sich angefühlt, als wäre mein Nervensystem so überfordert mit allen Dingen gewesen, obwohl ich genug geschlafen habe. Obwohl ich genug gegessen habe. Es war einfach unerklärlich. Ich muss auch so oft das Training abbrechen. Und das kratzt schon hart am Ego. Dazu teilweise Muskelkater von fünf bis sechs Tagen und noch weit darüber hinaus. Wenn ich mal ein gutes Push-Workout hatte, dann habe ich teilweise wirklich eine Woche Muskelkater. Und das sind Schmerzen gewesen, die unterscheiden sich sehr stark von einem normalen Muskelkater. Obwohl ich die Gewichte vielleicht nur gleich behalten habe oder nur minimal höher gegangen bin. Aber das war definitiv auch sehr abnormal. Ich habe bemerkt, dass generell so meine Fingerkuppen und auch meine Zehkuppen, nennt man das Zehkuppen, die haben sich angefangen zu verfärben. Mein linker großer Zeh, also zum Kontext, ich wurde an beiden Zehen mal operiert, weil ich mir sehr oft an meinen Nägeln rumgespielt habe. Und ja, die sind dann eingewachsen und die wurden dann halt so geformt, dass sie nicht mehr einwachsen können. Aber der linke, obwohl die Operation identisch war von beiden Seiten, der linke ist sehr oft angefangen, blau anzulaufen, teilweise lila und schwarz, nur über so eine große Fläche. Aber das war schon sehr beängstigend. Und auch meine Zehennägel wachsen nicht in der Geschwindigkeit wie zum Beispiel meine Fingernägel, was auch definitiv nicht normal ist. Und ich auch generell komische Verfärbungen am Fuß bekommen habe, wo ich gedacht habe, ey, jetzt geht es auch noch Richtung Diabetes oder was? Also für den Kontext, ich nehme keinen Zucker zu mir, zumindest keinen industriellen. Klar, ich habe Früchte, Fruktose, Glucose in meiner Ernährung mit drin, aber Industriezucker nehme ich schon seit mehreren Jahren nicht mehr. So klar, ich gönne mir auch mal ab und zu einen Riegel oder auch mal die ein oder andere Süßigkeit. Aber ich habe jetzt kein großes Verlangen danach. Also habe ich das auch generell aus meiner Ernährung rausgestrichen und dann sowas zu sehen, war irgendwie komisch. Ich habe das auch beim Arzt angesprochen und mein Hausarzt hat gesagt, das ist völlig normal. Und ich dachte mir so, das ist nicht normal. Das ist definitiv nicht normal. Ich habe an sehr stressigen Tagen öfter mal einen Hörsturz, wo ich dann kurz für 10 Sekunden nichts höre. Das hört sich an, als würde jemand Noise-Canceling-Kopfhörer einschalten, aber du warst das nicht. Manchmal geht das sogar in den Tinnitus über. Also manchmal ist es nur der Hörsturz, manchmal ist es Hörsturz mit Tinnitus und manchmal ist es einfach nur der Tinnitus. Und ich hatte auch schon mal zwei Tage am Stück einfach so Tinnitus. Und das wechselt sich ab von dem Ohr zu dem Ohr. Meistens ist das Ohr betroffen. Und Tinnitus kann alleine schon so unfassbar gefährlich sein und kann über eine Vielzahl von weiteren Erkrankungen vorrufen. Und es kann sogar bis zum Tod führen. Wusste ich auch nicht, habe ich jetzt auch neu kennengelernt. Aber das sollte meine geringste Sorge sein. Und dann dieser Dauerschwindel. Die ganze Zeit, Tag ein, Tag aus. Ich stehe auf und es fühlt sich an, als zieht mir jemand an meinem Zopf, den ich jetzt gerade habe. Den hatte ich früher noch nicht. Aber es fühlt sich wirklich so an, als zieht mir einer die ganze Zeit an den Haaren und ich falle die ganze Zeit nach hinten. Und das habe ich schon in meiner Kindheit gehabt, aber viel extremer. Ich bin teilweise fünf Meter gelaufen und bin dann gefallen. Das weiß ich noch. Da war ich noch wirklich sehr klein. Und da waren wir auch bei Ärzten und so. Und auch die konnten sich damals schon gar nicht zusammenreiben, warum ich die ganze Zeit hinfalle. Warum ich so Gleichgewichtsschwierigkeiten habe. Dann kam die Pubertät und das ist irgendwie mehr oder weniger weggegangen. Und ich habe Parcours gemacht. Eine extreme Form von Parcours. Also wirklich sehr riskanten Parcours. Wo man wirklich von Hausdach zu Hausdach springt, ohne irgendwelche Sicherungen und so. Da kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, dass es nicht war. Und dann mit ungefähr 2021 ist es wieder zurückgekommen. Aber nur in diesem Dauerschwindelzustand. Und gleichzeitig mit meiner Migräne diagnostiziert worden ist, wie gesagt, das ist eine sehr komplizierte Migräne, mit Sehverlust. Ich weiß nicht, ob viele von euch noch Röhrenfernseher kennen. Aber wenn die auf Standby geschaltet worden sind, dann war da ja dieses weiße Flackern, dieses weiße Kräuseln. Das nennen wir Flimmern. Und wenn ich Migräne bekomme, dann sieht das so aus, dass ich erst extreme Kopfschmerzen bekomme, unfassbar lichtempfindlich werde. Sodass ich mich wirklich auch in einem dunklen Raum zurückziehen muss. Was so komisch ist. Und dann fängt das an mit dem Flackern. Das ist in der Mitte von meinem Sichtfeld und breitet sich dann nach außen aus, bis ich dann zu 95% nichts mehr sehen kann. Was natürlich schlecht ist beim Autofahren oder wenn man mal unterwegs ist. Manchmal habe ich auch keine Kopfschmerzen, dann kommt nur das Flimmern. Und dieser Schwindel wird in dem Moment auch noch stärker und ich kann auch gar nicht mehr richtig sprechen. Ich fange an zu lallen, als wäre ich betrunken. Ich kann auch gar nicht mehr denken, weil ich so überfordert bin von allem, was gerade passiert. Wo mir auch der Hausarzt gesagt hat, was völlig normal ist, wenn ich in die Hocke gehe und da drei Sekunden bleibe und dann aufstehe, dann falle ich teilweise in Ohnmacht. Und mein Herz sagt, das ist völlig normal. Und wie ich herausgefunden habe, das ist nicht normal. Das ist vom Nervensystem, dass das nicht darauf vorbereitet ist. Das kann den Druck im Körper gar nicht richtig anpassen und kann sich nicht darauf einstellen, dass gleich so ein immenser Druck kommt. Und auch das Gehirn ist darauf nicht vorbereitet und dann falle ich teilweise um. Was natürlich mega entspannt ist bei Kniebeugen mit über 100 Kilo, die ich auch echt jahrelang nicht machen konnte. Bin dann zu Hacke Schmidt ausgewichen. Da konnte ich mich wenigstens anlehnen. Extreme Temperaturschwankungen und auch Empfinden von Temperatur. Teilweise laufe ich im Winter mit Tanktop und kurzer Hose rum, weil mir einfach viel zu warm ist und fange auch an zu schwitzen, wirklich extrem zu schwitzen. Das ist so ein Kaltschweiß, das läuft dir den Rücken runter und ist ein sehr unangenehmes Gefühl, eine dauerhafte Gänsehaut, die dann einsetzt und du fühlst dich einfach sehr unwohl. Und auch mit Hitze, ich konnte nie warm duschen oder warm baden und ich bin öfter mal in Japan in eine heiße Quelle gegangen und das waren Schmerzen. Und ich konnte mir nicht erklären, wieso, weil für alle ist das voll entspannt gewesen und für mich nicht. Es gab aber auch Tage, da war es völlig normal. Da konnte ich ganz normal baden gehen. Da war keine Temperatur irgendwie unangenehm. Und das ist wirklich ein Pain, wenn man einkaufen geht. Und es ist Winter und man zieht sich schön warm an für die Kälte draußen, geht dann in irgendeinen Laden mit seiner Freundin und direkt dieser Kaltschweiß und es ist auf einmal brutal warm und ich muss mich komplett ausziehen. Stress setzt ein. Das will ich einfach nicht wieder haben. Teilweise war das auch so, wenn ich kalt geduscht habe, dass das dann auch diese extremen Schmerzen waren, wie sie sind, wenn ich von der Autotür eine gewischt bekomme. Nochmal zum Thema ADHS. Ich habe dann angefangen, sämtliche Medikamente auszuprobieren, die unter dem Betäubungsmittelgesetz stehen. Sowas wie Ritalin und Medikinet. Ich glaube, wir haben sogar mit Medikinet angefangen, haben dann mit Ritalin weitergemacht. Und Ritalin hat mir auch wirklich sehr gut geholfen. Das hat so dieses extreme Schmerzempfinden auf jeden Fall gelindert. Und ich hatte absolut keine negativen Erfahrungen mit Ritalin, obwohl das wirklich ein sehr riskantes Medikament ist. Und das hätte mich auch auf langen Zeit definitiv mehr schaden lassen, als gesund zu werden oder ein normales Leben zu führen. Und jetzt nehme ich Elvanse. Und ich komme damit super klar. Bin generell ruhiger und geordneter. So klar, zwischendurch kicken mal wieder meine ADHS-Schübe. Leute aus dem Livestream, die wissen ganz genau, was ich meine. Aber ja, das kontrolliert in dem Sinne nicht mehr mich, sondern ich kontrolliere das jetzt. Und auch da habe ich zum ersten Mal so wirklich gefühlt, was mein Körper fühlt, wenn mein Kopf, mein Gehirn nicht mehr so wirklich damit beschäftigt ist, das ADHS irgendwie unter Kontrolle zu bekommen, sondern mithilfe von Elvanse das von automatisch passiert. Ist mir aufgefallen, dass meine kleinen Finger ab und zu einfach anfangen zu kribbeln und taub werden. Und dass das dann über die anderen Finger übergeht. Und dann fängt das bei den Zehen an. Auch von dem kleinen Zeh zum großen Zeh rüber. Aber auch irgendwie nur an den Händen und Füßen. Wofür ich jetzt auch schon eine Erklärung gefunden habe. Ein sehr großes Thema von mir, wo ich jetzt auch die Diagnose bekommen habe, ist Brain Fog. Also Konzentrationsstörung. Man kann eine Information aufnehmen können, dass man wieder in diesem Stadium ist, wo man sich einfach betrunken fühlt. Wo man am Lallen ist. Wo einfach alles überfordernd ist. Ich kann nicht mal eine einzige Sache am Tag machen. Teilweise räume ich auf, bin dann den ganzen Tag damit beschäftigt und habe vielleicht einen Tisch leer geräumt. Weil ich einfach nicht darauf klar gekommen bin. Ich kann da nicht sprechen. Ich kann nicht denken. Nichts mit meiner Freundin oder Freunden unternehmen. Man fühlt sich dann einfach voll alleine. Weil man auch selber nicht weiß, was abgeht. Und voll viele leiden unter Konzentrationsstörungen, Schrägstrich Brain Fog und wissen das nicht mal mehr. Das hat natürlich auch zu sehr vielen Konflikten geführt, weil alle sind so normal und du bist dann so, kommst irgendwie gar nicht auf dein Leben klar und hast nicht mal eine Erklärung dafür. Und teilweise wurde ich auch angeschnauzt von mir nahestehenden Personen, die auch damit den Umgang gar nicht wussten und auch gar nicht wussten, was das überhaupt ist. Und ob ich das nicht gerade irgendwie nur so tue oder ob ich einfach nur schlecht geschlafen habe. Aber es war generell eine sehr komplizierte Zeit und das hatte ich früher nur in einzelnen Fällen. So vor fünf oder sechs Jahren gab es mal, wo ich ein Video aufgenommen habe. Ich weiß es noch, als wäre es heute gewesen in der alten Angel Lounge. Und ich habe meinen 3D-Drucker ausgepackt und diese Aufnahme lief einfach anderthalb Stunden. Und ich habe es nicht geschafft, den 3D-Drucker aus dem Karton zu holen und aufzubauen. Ich war einfach so überfordert damit. Schlafstörungen und Panikschlafwandeln ist auch ein sehr großer Teil meines Lebens geworden. Mittlerweile nicht mehr so krass, aber wo wir mit der Migränetherapie angefangen haben, habe ich auch die eine oder andere Medikamente genommen, die dann Depressionen ausgelöst haben. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wusste, wie sich Depressionen anfühlen. Und das ist etwas, das kannst du nicht kontrollieren. Dadurch habe ich dann auch Schlafparalyse bekommen. Also ich habe wirklich so extrem geschlafwandelt, dass ich teilweise meiner Freundin im Schlaf geschadet habe, indem ich mich auf sie gelegt habe oder noch ein paar andere Dinge, die wirklich nicht so cool sind. Wo ich dann auch selber Angst vor mir bekommen habe. Und ich dachte mir, alles klar, das war es dann jetzt mit dem gemeinsamen Schlafen auch ein weiteres Ding, was mir einfach genommen wird. Auch, dass ich solche extremen Träume hatte, wo ich irgendwie getötet werde, wo ich mich dann abgerollt habe, weil ein Baumstamm mit Zacken auf mich zugerollt kam und ich dann wirklich auch von meinem Bett gerollt bin und den Ventilator und alles umgenockt habe und dann einfach auf dem Boden lag, meine Augen öffnen konnte, aber noch in der Schlafparalyse gefangen war. Das ist auch ein ganz normaler Prozess, dass man paralysiert ist beim Schlafen damit, wenn du träumst, du rennst, dass du dann nicht rennst. Bei mir war das so, dass der Traum weiterging, aber ich war wach und ich konnte mich nicht bewegen, weil ich noch in der Paralyse war. Sozusagen ging der Albtraum einfach weiter, während ich wach war. Und ich bin jede Nacht gestorben im Schlaf. Und das hat sich wirklich angefühlt als stürt man. Dadurch wurde ich extrem paranoid, was Schlafen angeht. Ich hatte gar keine Lust mehr zu schlafen. Ich hatte Angst vorm Schlafen. Ich hatte Angst, irgendwie meinen Mitmenschen dadurch zu schaden oder mir selber zu schaden. Und dafür gab es keine Erklärung, bis ich das Medikament abgesetzt habe. Dann hat das schlagartig aufgehört. Ich habe mich auch früher in meinem Schlaf immer sehr drastisch nach links und rechts gedreht und habe auch voll die Probleme mit Schnarchen, noch viele weitere Sachen. Aber dafür mache ich ja die Schlafexperimente. Könnt ihr euch einmal das letzte anschauen. Da habe ich auch wieder sehr viel gelernt. Aber mittlerweile schlafe ich relativ gut. Ich habe da ein paar Systeme entwickelt, ein paar Protokolle, die auch international bekannt sind und die ich durchführe und die relativ gut funktionieren. Außer das Schlafwandeln, das habe ich noch irgendwie nicht so in den Griff bekommen. Aber es ist definitiv nicht mehr so extrem wie früher. Da bin ich sehr dankbar für. Ich kann wieder schlafen gehen mit etwas ruhigerem Gewissen. Das hatte dann auch zur Folge, dass mein Körper nicht wusste, wann ich schlafe und wann ich wach bin. Teilweise laufe ich den Tag über wie ein Zombie rum. Ich könnte wirklich bei The Walking Dead als Protagonist arbeiten. So kaputt bin ich. Und so kaputt sehe ich dann auch aus. Mit extremen Augenringen, mit schwarz unterlaufenden Augenringen und Adern, die man sieht. Das war wirklich grauenhaft. Ich habe jetzt immer noch so ein bisschen Probleme damit, aber ich bin das auch gerade dabei zu fixen. Mit Sonnenlicht. Das aber auch in einem anderen Experiment. Dazu diese extreme Hörempfindlichkeit. Ich bin so hörempfindlich geworden. Das ist mir das erste Mal aufgefallen im Teenager-Alter. Ich würde jetzt sagen mit 12, 13, dass an Silvester ich mich die ganze Zeit erschrocken habe, wenn die Böller am Knallen waren. Also ich zucke da wirklich die ganze Zeit so zusammen, weil ich mich so von diesem plötzlichen Geräusch erschrocken habe. Mir wurden auch Diagnosen gestellt wie Ballostrophobie, also die Angst vor Knall- und Ballergeräuschen und der plötzlich auftretenden hohen und tiefen Töne. Aber das begleitet mich natürlich auch über den Alltag. Deswegen habe ich hier jetzt mittlerweile, habe ich noch nicht gefixt bekommen, so Ohrwachs, teilweise auch Oropax-Ohrstöpsel. Oder ich laufe auch sehr gerne mit Neues, kennst du den Kopfhörern rum, weil auch alleine das Einkaufen so unfassbar laut und schmerzhaft ist. Genau wie mit dieser Autotür. Alles, was ich höre, ist so mal 500. Und das ist dann auch nicht mehr angenehm. Zu der Depression kamen dann auch noch so schizophrene Phasen, wo ich gedacht habe, ich sehe Gestalten, die gar nicht da waren oder einen Schatten, der irgendwie vorbeigeflogen ist, der nicht da war. Oder ich habe auch voll die Paranoia mit Spinnen entwickelt. Obwohl ich, ich hatte früher selber einen Vogelspinne. Das macht gar keinen Sinn. Aber das hat sich dann auch zu einer Angststörung entwickelt, dass einfach so plötzlich auftretend ich einfach Angst bekomme. Weil mein präfrontaler Cortex, der ist überfordert mit dem Fight-of-Light-Modus. Mein Körper wusste nicht, sind wir jetzt im Angriffsmodus oder sind wir jetzt im Fluchtmodus? Und daraus hat sich dann eine Angststörung entwickelt mit schizophrenen Zügen. Das aber nicht diagnostiziert worden ist. Also ich habe diese Dinge gesehen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, das irgendwie bei einem Arzt oder so zu erwähnen. Weil es auch jetzt nicht mehr da ist. Ich habe das gut in den Griff bekommen. Kreislauf, Zusammenbrüche und Herz-Ausetzer ist dann der nächste Punkt auf der Liste. Wo mir meine ADS-Therapeutin gesagt hat, weil wir machen jedes Quartal zwei Blutbilder, ein kleines Blutbild und ein großes Blutbild und EKG. Genauso wie Langzeit-EKG und MRT. Und frag mich nicht, was noch alles. Und uns ist aufgefallen, dass mein Herz, es ist normal, dass ein Herz unregelmäßig schlägt, aber meins hat teilweise zwei, drei Schläge Aussätze gehabt. Teilweise sogar mehr. Und auch in der Nacht sind das wirklich Extremfälle gewesen, die natürlich dann auch mein Gehirn viel zu wenig mit Sauerstoff versorgen und generell mit Blut und Nährstoffen. Genauso wie viele Organe. Und ich will gar nicht wissen, wo das noch überall so einen Schaden angerichtet hat. Aber das war ein Punkt, wo meine Therapeutin mir gesagt hat, kriegst du deinen Stress nicht in den Griff, wirst du nächste Woche nicht mehr zur Sitzung kommen können, weil du dann unter der Erde liegst. Wir nennen das übrigens rote Linie. Wenn ich so einen Stresspegel erreicht habe, wo Angststörungen kicken, depressive Phasen, Schizophrenie und generell alle meine Sinne super empfindlich sind, dann ist diese Linie überschritten und da muss ich mich von alles und jedem zurückziehen. Auch das habe ich sehr gut in den Griff bekommen. Mit Meditation, Kraftsport und Ernährung. Dazu aber gleich definitiv mehr. Ich hatte Atemaussetzer. Teilweise habe ich mal 20 Sekunden einfach nicht geatmet, weil mein Auto-Nervensystem, also wir haben ein automatisches Nervensystem und ein Nervensystem, das da drauf reagiert. Also nicht automatisch. Und mein automatisches Nervensystem hat einfach in dem Punkt so sehr versagt, dass ich einfach nicht mehr automatisch geatmet habe. Und das habe ich dann gemerkt, weil es schwindelig geworden ist. Also mehr als sonst. Dadurch dann auch Hörsturz kommen und Sehbehinderung und noch viele andere Dinge. Ich musste in dem Moment einfach mich zwingen, richtig zu atmen, was auch so weird ist. Wie kann man vergessen, wie man richtig atmet? Das hat mir echt Angst gemacht, weil was ist, wenn ich mal, keine Ahnung, drei Minuten nicht atme und das nicht mitbekomme, umfalle und dann nie wieder aufstehe. Generell habe ich dadurch bemerkt, dass mein Autoimmunsystem kaputt ist. Wie zum Beispiel mit der extremen Lichtempfindlichkeit. Normalerweise ist es so, guckst du in ein helles Licht, dann passt sich deine Pupille dran an, wie eine Kamera. Aber meine Pupille hat sich nicht angepasst, weil mein automatisches Nervensystem einfach nicht reagiert hat. Dadurch habe ich dann Regenbogenseen entwickelt. Also das ist, dass ich um helle Objekte auch so quasi einen Heiligenschein, wie so ein Halo sehe, wie so eine Art Aura. Und ich so lichtempfindlich geworden bin, dass wenn ich geblendet werde von einem Auto, dass ich das teilweise drei, vier Stunden später immer noch als blinden Fleck im Sichtfeld habe. Und geht mal so einkaufen. Du siehst irgendwann gar nichts mehr. Es hat da, alleine dadurch, hat fast gar nichts mehr Spaß gemacht. An Tagen, wo es bewölkt ist, hat mich der bewölkte Himmel so dermaßen geblendet, dass ich nichts mehr sehen konnte. Film gucken, fast gar nicht möglich. Handy, irgendwas machen, auch nicht möglich. Ich sehe die Streifen vor meinem Display, wenn ich zehn Sekunden auf mein Handy gucke und das ausmache. Davon werde ich geblendet. Obwohl der Nachtmodus an ist, auf höchster Stufe und ich die extrem dunkel Funktion an habe. Selbst dann. Und ja, ich war auch beim Augenarzt, ich war bei Spezialisten, ich war bei sämtlichen Experten, Laboren. Und keiner hatte eine Erklärung dafür. Als man mich untersucht hat und meine Netzhaut zum Beispiel untersucht hat, hat man gesagt, man sieht da einfach gar nichts. Vielleicht liegt das hinter der Netzhaut. Vielleicht ist das irgendeine andere Ursache. Aber wir haben da keine Erklärung für. Und dann saß ich da teilweise so, was soll ich jetzt machen? Und der Arzt dann gesagt hat, ich bin hier. Oh ja, ich sehe sie nicht. Ich bin noch geblendet von dem Nichts. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich ein neues Outfit an habe und es irgendwie anders aussieht, wir haben exakt 24 Stunden später, wir sind gestern die Akkus leer gegangen, auch die Mikrofone. Und es wurde einfach viel zu spät, weil wir schon 2 Uhr in der Nacht hatten und ich normalerweise um 0 Uhr pünktlich im Bett bin. Apropos länger wach bleiben. Der Tag ist katastrophal. Und eigentlich hätte ich gesagt, ich wäre jetzt nicht in der Lage, hier aufzunehmen und den Rest vom Video auch weiter zu machen. Denn heute ist so ein Tag, da habe ich zum Beispiel sehr viel mit Brain Fog zu tun. Und ich hoffe einfach, die Aufnahmen jetzt sind eher witzig als irgendwie langweilig oder so, weil ich hier anfange zu lallen oder... Also machen wir einfach weiter. Was ich immer noch nicht in den Griff bekommen habe, ist Inflation, Autoimmunerkrankungen. Also das Immunsystem von mir greift mich selbst an. Also es greift fälschlicherweise gesundes Gewebe an. Deswegen sind auch meine Entzündungswerte bei jedem Blutbild erhöht. Und ja, das hat super viele Faktoren, warum das so ist. Aber basically zerstört sich mein... Mein Körper zerstört sich minimal selbst mit jedem Tag. Das ist aber nicht so dramatisch. Das kann man wieder rückgängig machen. Komisch, weil wenn ich nicht meinen Routinenalltag habe, wenn irgendeine Routine, die ich habe, abweiche, abweicht, ey, es tut mir jetzt schon leid, dass ich die Aufnahme trotzdem so weitermache, dann kann das den Tag so dermaßen einnehmen oder den nächsten Tag komplett einnehmen. So wie jetzt. Ich meine, look at my Augenringe. Die sind schon wieder schwarz unterlaufen. Und klar, natürlich, wie sollte ich so noch weiterleben? Ich kann basically gar nichts machen, wenn einer dieser Symptome richtig heftig reinkickt und da eine Kettenreaktion auslöst mit ganz vielen anderen Symptomen. Und alle Ärzte und jeden, den ich um Hilfe gebeten habe, keiner hat eine Antwort darauf. Das war einfach eine sehr schwierige Zeit, bis ich dann angefangen habe, einfach mal das Ruder selbst in die Hand zu nehmen. Aber bis dahin sind zwei Jahre vergangen. Ich konnte in der Zeit fast gar nicht arbeiten. Ihr wollt, also man kann sich dementsprechend ausmalen, wie es auf meinem Konto aussieht. Und ich bin nur selbstständig. Ich bin seit 2018 selbstständig. Und es hat immer super funktioniert. Zusammen mit meiner Freundin. Dann auf einmal kamen diese zwei Jahre dazwischen. So klar, es ist mal ein Auftrag reingekommen. Und dann hatte ich auch echt mal gute Tage und konnte halt auch dementsprechend ein bisschen Geld verdienen und so. Aber das deckt niemals die Kosten von dem, was ich habe. Sozusagen war ich in der Zwickmühle. Auch mein Umfeld zu sehen, wie die das so fertig macht. Das war einfach, weil das war irgendwie nicht ich. Das war nicht ich. Das bin nicht ich. Und ich habe dadurch auch viele Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Quasi mit mir runtergezogen. Und ich musste da das Ruder selbst in die Hand nehmen. Ich hatte keine andere Wahl. Entweder gab es für mich die Option, ich gehe drauf oder wir werden obdachlos. Also dass es mir noch so gesundheitlich gut geht, dass ich am Leben bleibe. Aber wir halt kein Geld verdienen. Und bis das durch ist mit, bekomme jetzt auch übrigens wahrscheinlich einen Schwerbehindertenausweis. Aber auch alleine wegen der ADHS-Geschichte. Und ich habe echt super viele Sachen auch durch diese ganze Zeit erlebt. Zum ersten Mal gefühlt. Und kann jetzt auch dadurch Menschen verstehen, die gewisse Symptome haben. Oder es hat auch positive Seiten. Ich kann echt Menschen, die zu mir sagen, ey, ich habe das und das oder ich fühle mich da und da nicht gut. Dann sage ich, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Probier mal das und das. Und dann funktioniert das wirklich. Und dann geht es super schnell wieder super gut. Und das war so, ich sollte da mal weiter nachhaken. Ich scheine irgendwie auf dem richtigen Weg zu sein. Da ich also nichts anderes machen konnte, als mich irgendwie weg zu vegetieren, habe ich das gemacht, wozu ich überhaupt noch in der Lage war, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich habe Kraftsport gemacht. Weil ich wusste, hey, egal ob alles kaputt geht und ich jetzt gerade keine Lösung parat habe, habe ich trotzdem irgendwas machen. Und Kraftsport war dann eher so ein mentales Ding, dass ich mich überhaupt irgendwie lebendig gefühlt habe. Und das habe ich gemacht. Ich bin sechs Mal die Woche trainieren gegangen, wo ich jetzt auch weiß, dass das eine schlechte Entscheidung war, weil meine Genesung ist nicht hinterhergekommen. Und das hat auch am Anfang echt gut funktioniert, aber irgendwann wurde das, ja, dann wurde ich zum Märtyrer und habe mir damit dann mehr geschadet, weil Erholung ist halt ein sehr großer Baustein und den hatte ich halt nicht. Und dann habe ich angefangen, meine Ernährung umzustellen. Ich habe viel mehr pflanzliche Lebensmittel gegessen, generell viel, viel mehr Gemüse, habe mich mit Supplements, Vitaminen, Mineralstoffen, Hormonen auseinandergesetzt und geguckt, ey, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, irgendeine Erklärung für das, was ich habe. Das kann doch nicht sein. Und durch den Kraftsport und durch die Ernährungsumstellung und diese zwei Jahre Zeit, die ich hatte, mich über alle Sachen zu informieren und ich meine, ich hatte 24 Stunden Zeit, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, mich über Vitamine und alles zu informieren, zum Sport zu gehen und versuchen, so viel Schlaf wie möglich zu bekommen. Ich weiß, dass das eine sehr krasse Entscheidung von mir war damals, die habe ich ganz intuitiv getroffen. Und dadurch bin ich immer mehr in so ein Rabbit Hole gefallen mit so Biohacks und so Dingen, die man machen kann und super vielen Informationen, wie man seine Gesundheit so dermaßen boosten kann, dass man quasi fast alles überstehen kann. Es gibt da unfassbar viele Methoden, die ich ausprobiert habe. Natürlich alles mit wissenschaftlichem Hintergrund. Also ich probiere keine Sache aus, wo ich nicht mindestens einen Monat zu recherchiert habe und alle positiven und alle negativen Teile von diesem Selbstexperiment dann quasi vor mir liegen habe und ich dann sagen kann, das teste ich oder das ist zu gefährlich oder gibt es halt zu wenig Daten zu. Zu vielen Punkten eine Antwort gefunden habe und das war das erste Mal nach zwei Jahren, dass ich gelacht habe vor Freude, dabei geweint habe und wieder so einen Hoffnungsschimmer hatte. Basisch kostenlos, das kann jeder von uns machen. Ich möchte auch gleich noch zu einem wichtigen Punkt kommen, nämlich meinem Content, den ich gemacht habe über die letzten Jahre und ich möchte dazu Stellung beziehen beziehungsweise mal aufräumen und Dinge einfach mal offenlegen. Ich denke, das hört sich... Ah, mein Wecker. Oh, ich hätte das so vergessen. Zeit für Vitamine. Passt eigentlich ganz gut. Dann kann ich euch direkt mal meine Supplements zeige, die ich so über den Tag nehme, in drei Schachteln verteilt, bereichend verteilt für halt morgens, mittags, abends. Und das ist es. So sieht dann mein tägliches Meal aus, da ich auch gerade am Fasten bin. Das ist zum Beispiel die Morgensportion, die Mittagsportion und die Abendsportion, die ich mir jetzt reinfahren werde. Das passt auch ganz gut. Damit kann ich dann gleich das, was ich ankündigen wollte, erst mal vorziehen und danach machen wir das YouTube-Aufräumen-Ding. Um da noch ein bisschen weiter auszuholen, ich habe in der Zeit bemerkt, wie wenig Nährstoffe ich einfach zu mir genommen habe, alleine durch die schlechte Ernährung. Und ich weiß noch, dass ich Zinkmagnesium und Vitamin B6 als eine Kapsel hier habe. Seit 2018, ich weiß noch gar nicht mehr, ob die gut sind. Und die habe ich mir dann abends immer reingefahren, so völlig automatisch, weil ich hatte auch gar keine Hoffnung, dass mir das irgendwie hilft. Aber das war so ein kleiner Punkt, wo ich mich dann am nächsten Tag wirklich besser gefühlt habe und dann auch besser geschlafen habe. Und deswegen bin ich umso glücklicher, mich bedanken zu können bei euch. Denn ich stehe jetzt mit Prozies in einer Kooperation. Das heißt, ihr könnt jetzt von Europas Nummer 1, was Sportnahrung angeht, profitieren, indem ihr 10% Rabatt mit meinem Gutscheincode Steven Angel auf das gesamte Sortiment bekommt. Und ab einem bestimmten Mindestbestellwert gibt es dann auch noch mal Gratisartikel on top. Der Faktor Gesundheit, Mineralstoffe, Vitamine ist wirklich so ausschlaggebend gewesen, dass mein Leben sich ins Positive verändert hat, dass ich überhaupt mich wieder lebendig fühlen konnte. Und für diejenigen, die nicht in dieser Position sind, das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass dann gesagt wird, ja, die paar Vitamine, die bringst du halt dann auch nicht. Aber doch, das hat einen Riesenimpact. Und deswegen einfach noch mal fettes Danke. Und ich bin wirklich sehr stolz darauf, dass Prozies mich auch jetzt so hier in dieser schweren Zeit unterstützt und dass ich jetzt eine Möglichkeit habe, auch euch mal was wieder zurückzugeben. Und zwar etwas, was jedem von euch helfen kann. Außerdem findet auch nur heute bis 0 Uhr noch die Valentinstagsaktion statt. Das heißt, ihr könnt euch Sachen in den Warenkorb legen, dann meinen Gutscheincode Steven Angel aktivieren und dann den Gutscheincode Valentine aktivieren. Und dann kriegt ihr teilweise bis zu 50% Rabatt und nochmal Gratisartikel wegen meinem Code on top. Und ich muss ehrlich sein, das ist natürlich dann auch finanzieller Support für mich, denn ich bekomme eine Provision dafür, dass ihr den Code einlöst. Aber das ist eine Sache, die ist wirklich Win-Win für alle Parteien. Sowohl für Prozies, für euch, sowie auch für mich. Ja, und wenn es mein Leben verbessern konnte, vielleicht auch deins. Ja, und die Aktion geht nur noch hier, heute bis 0 Uhr. Und ich habe euch meine Favorite-Produkte in der Beschreibung natürlich verlinkt. Und könnt ihr einfach ganz entspannt draufklicken und euch die Sachen in den Warenkorb fetzen und genießen. Und teilweise ist die Lieferung sogar innerhalb von 24 Stunden, was wirklich bemerkenswert ist, bei der Masse an Menschen, die dort einkaufen. Das ist so komisch, weil ich kann gerade nicht so meine Freude ausdrücken, wie ich die eigentlich ausdrücken wollen würde. Ich hätte das gestern wahrscheinlich geschafft in dem Modus, wo ich gestern drin war, aber heute kriege ich das irgendwie nicht so hin. Das kommt auf jeden Fall von Herzen. Und was ich mit YouTube auf jeden Fall verändern möchte, ist den ganzen Content, den ich gebracht habe. Ich habe so viele Videos gelöscht, weil ich mich damit einfach nicht mehr identifizieren konnte. Diese ganzen Meckes Pranks und so. Klar, das war eine coole Zeit, aber das bin nicht ich mehr. Klar, ab und zu habe ich immer noch so meine flippigen Phasen und es kommen auch bestimmt wieder coole, auch Comedy-Videos und sowas, aber ich möchte mich derzeit eher auf Selbstexperimente und meine Gesundheit fokussieren, wo ihr raus auch lernen könnt von all dem Wissen, was ich mir angeeignet habe. Mein Kraftsportwissen, Wissen, was Vitamine und Verstoffwechslung und generell Biomechanik und alles, was da noch dazugehört, wie Meditation, Ruhephasen, Kaltduschen, Sauna und was nicht noch alles kommen wird. Also freut euch da definitiv drauf. Könnt ja schon gerne ein Abo dalassen. Ich meine, viele meiner Abos sind halt unfassbar inaktiv, weil ich so oft meinen Content verändert habe, aber das wird jetzt die Richtung sein, die wir einschlagen werden. Ja, und da ich so viele Videos gelöscht habe, ist natürlich auch ein dickes Minus auf meinem YouTube-Konto, sag ich mal, was Aufrufe und Interaktionen und so angeht und es wird auf jeden Fall für mich jetzt sehr, sehr schwer sein, diese Videos weiter so aufrechtzuerhalten mit der Qualität, weil die Reichweite am Anfang nicht so gut sein wird, aber das ist mir vollkommen egal. Selbst bei diesen 500 bis 1000 Aufrufen, wenn da 10 Leute dabei sind, selbst wenn da einer dabei ist, der daraus was ziehen kann, dass es ihm besser geht, dann ist es für mich komplett vereint. Das ist mein Ziel. Und ich habe echt viel Content gemacht, wo ich auch gar nicht mehr hinterstehe. Ich habe Sachen auch promotet, wo ich nicht mehr hinterstehe und ich habe alles offline genommen. Das waren auch teilweise sehr kritische Sachen, muss ich auch ehrlich gestehen, da geht auch nochmal ein dickes Sorry raus. Ich war sehr jung und auch sehr überfordert und auf einmal kam da dieser Hype und Leute haben mich erkannt und teilweise ich habe eine Story gemacht in einem Laden und dann sind da später über 100 Leute aufgekreuzt und wollten mit mir quatschen und so und das war so überfordert und auch vielleicht illegal. Aber ja, ich will coolen Content machen, der auch was in der Welt bewirkt. Weil hey, wer weiß, wie lange wir alle noch zu leben haben und ich will was hinterlassen, wo noch viele Generationen von profitieren können. Also wenn wir mal ehrlich, jeder will sich doch einfach gut fühlen, gesund fühlen, glücklich sein und werden und auch das auf sein Umfeld ausstrahlen. Das ist the perfect life. Das ist das perfekte Leben. Energie zu haben, Probleme schnell bewältigen zu können, gegen Stress resistent zu sein oder mit Stress arbeiten zu können oder auch mal aus der Reihe zu tanzen, indem man morgens kalt duschen geht oder mal in der Woche mindestens einmal in die Sauna geht und vier bis sechs Mal Kraftsport betreibt. Es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten. Und das ist definitiv alles besser als so ein McDonald's Prank oder irgendein E-Zigaretten-Stuff. Zum Glück dampfe ich auch nicht mehr. Aber klar, auf diesem Weg habe ich noch sehr viel zu lernen. Heißt aber auch, es gibt super viel Content, den ich machen kann, wo ich unfassbar hyped drauf bin und wo ich auch auf euer Feedback gespannt bin. Ich meine, wir sind jetzt eine super, super kleine Community und ich weiß auch gar nicht, ob sich irgendwer das Video schon bis hierhin angeschaut hat, weil das doch schon sehr, sehr lange geht. Mein Motto über diese gesamte Zeit ist natürlich auch gewachsen und heißt jetzt besser zu sein, als man gestern war. Und damit bedanke ich mich nochmal bei euch für die Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, das Video bis hierhin anzugucken, mir zuzuhören, vielleicht was daraus mitzunehmen und einfach, vielleicht bist du schon ein langer Supporter und einfach ein wirkliches Danke aus tiefstem Herzen und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video hoffentlich. Bis dann. Hau rein.